Das ist ein Film über Dallmann. Dallmann wurde 1908 von einem Mann namens Hermann, richtig Dallmann, gegründet. Zusammen mit seiner Frau Auguste betrieb er ein Steinsetz- und Pflasterunternehmen in Bramsche. 25 Jahre später übernahm Dallmann Junior die Firma und ganz nach dem Motto Selbst ist die Frau, führte wiederum seine Frau Irmgard Dallmann das Unternehmen in den Kriegsjahren weiter. Denn Equality war bei uns schon immer wichtig. So entwickelte sich Dallmann über die Jahre immer weiter, bis wir schließlich im Jahr 2020 hier angekommen sind. Diesen Film gibt es, damit sich ganz viele junge Leute angesprochen fühlen. So wie er, sie, die beiden hier und er. Wir verbinden wichtige Knotenpunkte und sorgen so für die richtige Infrastruktur vor Ort. Wie zum Beispiel hier, hier, hier und hier auch. Deine Möglichkeiten bei Dallmann sind also fast unbegrenzt. Äh, aber auch nur fast. Du hast keine Lust auf Einbahnstraßen im Job und willst jetzt so richtig durchstarten? Du wolltest schon immer einen Beruf mit Verantwortung? Nee, doch, also eigentlich haben wir hier genug Verantwortung. Und hast ein Faible für Maschinen? Und immer nen Plan? Egal für was du dich entscheidest, bei uns bist du an der richtigen Adresse. Bei uns hast du die Möglichkeit, eine Ausbildung in den verschiedensten Berufen zu absolvieren. Zum Beispiel als Baugeräteführer, Land- und Baumaschinenmechatronikerin, Straßenbauer, Industriekauffrau und als Bauzeichner. Äh, Moment mal, die beiden gehören hier aber nicht hin, sondern hier. Äh, noch nicht überzeugt? Dann halt dich fest. Wir bei Dallmann setzen auf Eigenverantwortung, gute Kommunikation. Die Kommunikation bei uns ist echt super. Ja, das habe ich gestern auch gemacht. Und vor allem auf die richtige Teamarbeit. Denn eins ist sicher, mit uns steuerst du garantiert in die richtige Richtung. Ebenfalls liegt uns das körperliche Wohl unserer Mitarbeiter sehr am Herzen. Deswegen bieten wir zuverlässige Mitfahrgelegenheiten sowie tierisch motivierte Arbeitskollegen. Sitz, aber mal im Ernst. Wenn du Lust auf herzliche Mitarbeiter, eine richtige Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz und täglich spannende Herausforderungen hast, dann komm zu Dallmann. bis zum nächsten Mal.